Die Schwiegermutter von Petrus wird geheilt. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages besuchte Jesus Petrus. Petrus war einer seiner Freunde, die Jesus Jünger nannte. Die Schwiegermutter von Petrus war zu Hause und hatte hohes Fieber. Jesus berührte nur ihre Hand, da war das Fieber sofort verschwunden. Da stand Petrus Schwiegermutter auf und kochte etwas für Jesus und seine Freunde. Amen.